Herzlich Willkommen zurück bei Drang Boss Jedokan Battle. Heute machen wir den Super Saiyajin 4 Gugeta Kampf. Da habe ich mehrere Versuche schon gehabt. Ich habe es jetzt mit Schuppenteams versucht. Aber nach der Empfehlung eines guten Freundes bin ich auf die Idee gekommen, es mit Mono-In zu versuchen. Und wer hätte es gedacht? Das funktioniert tatsächlich einwandfrei. Man kann hier in seltenen Fällen sogar ohne Item durchkommen, wenn man einen Elegoan Friend hat. Weil dadurch wird das ganze Prozedere beschleunigt. Wenn man jetzt nur Buan Buan hat, geht das auch klar ohne Continue. Dauert aber vielleicht sieben Minuten länger, so geschätzt. Und wir dodgen sogar wunderbar. Ja, mit dem noch nicht ganz Eleficulo denkt man zumindest gut. Oh, was für ein Glück, dass er auf ihn super hat. Mann, da habe ich ja ausnahmsweise mal Glück mit der Sache. Ja, zieht aber trotzdem 60k. Leider konnte ich ihn nicht zielen. Schade. Ja, Mono-Int. Wie gesagt, eine wunderbare Empfehlung. Jetzt haben wir hier Elegoan, das ist perfekt so. Ich zeige euch mal, was der circa drauf hat. Im früheren Videos hatte ich hier eher Pech mit ihm gehabt. Aber jetzt beim Gogeta-Kampf kann er sich dann doch endlich mal entfalten. Der schwerste Kampf ist eigentlich der zweite gegen Son Goku und Vegeta. Wegen den ganzen Types, weil die Rechte hat Damage. Und sobald Gogeta kommt, sind wir relativ typegeschützt und haben hier Type Advantage. Sprich, ab da wird der Kampf normal sein, nur dass er halt sehr viel Leben hat. Die erste Phase muss man hier irgendwie überstehen, die zweite noch mehr. Aber danach läuft das ganze Ding eigentlich voll klar. So, dann haben wir jetzt hier schon gedamaged. Denken alles weg. Ich hoffe, dass er nicht nochmal super ist. Nein, tut er nicht gut. Ah ja, genau. Ultimate Born. Hat ja als Passiv, dass er sich glaube ich 4 Key und 7000 ATK oder so gibt. Sprich, man muss mit ihm auf jeden Fall nicht auf 12 Key kommen. Es reicht, dass man so 9 hat. Nonch auf jeden Fall auch eine super Tech. Das ist aber hier eigentlich so einer der schwächsten Männer hier im Team. Okay, wie mache ich das jetzt? Ja, wir können den Bohren leider nicht so gut nuken. Zumal alles, was an Nuke möglich wäre, eher an Ella Gohan geht bei mir. Ich versuche noch ein paar Grüne zusammenzulegen für Ella Gohan. Ja. Ja, gut, Gohan ist aber auch ziemlich gut drauf. Zumal er noch heilt. Also, ich habe das auch oft ohne Ella Gohan-Friend gemacht. Meiner ist sogar SA20 der Friend. Aber ohne Ella Gohan mit nur Gohan geht das auf jeden Fall auch klar. Kann ich hier bestätigen. Es dauert halt nur einen Moment länger. Und jetzt will ich ihn endlich mal wegpusten, dass wir nicht mal weiterkommen. Also wie gesagt, der erste Teil des Kampfes ist recht schleppend. Der zweite sowieso. Aber ab dem Gogeta wird es eigentlich einfacher. Ich finde sowieso, dass der Kampf mit Gogeta und Omega viel zu einfach ist dafür, dass die Kämpfe nach den 10 Neo-God Leads kommen. Weil ihr merkt, wir können diese Events eigentlich jetzt auch schon spielen. Und so Leute wie Super Simpsons als Beispiel ist viel schwerer. Oder Mask Sane oder Super Saiyajin 3 Broly als der Super Saiyajin 4 Greta. Der ist relativ machbar. Aber was halt irgendwie komisch ist, weil der ja offiziell nach dem kommt und nicht davor. Oh, wie mache ich das jetzt mit dem Blocken? Das wird spannend. Der Buran darf, wie gesagt, ein bisschen nuken. Wir ziehen ja auch Leben daraus für viele. Aber ich weiß gar nicht, ob das genug Leben ist, was wir hier gerade haben. Eigentlich setze ich hier fast keine Items ein bei dem Event. Aber hier habe ich das Gefühl, dass ich richtig übel erwische. Okay, Pikulut. Na, wisst ihr was? Ich mache zum anderen erst mal einen Jemmer. Ich habe noch nie einen Jemmer bei dem Event gemacht. Aber ich bin auch nie zu der Situation gekommen, dass ich ca. die Hälfte meines Lebens habe, wenn die beiden vierfachen Super Saiyajins auf einen treffen. Okay, das war jetzt unnötig. Die hätten wir sowieso weggefängt. Alles klar. Na sicher ist sicher. Ich gehe mal zuerst auf Vegeta, weil der damage mich grundsätzlich etwas stärker als so ein Goku. Beim Schurken-Team habe ich aber irgendwie eine andere Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich einfach die falschen Charaktere hatte. Aber da hat der Goku grundsätzlich sehr viel mehr gedamaged als Vegeta. Aber bei dem Team macht Vegeta ca. 5.000, 6.000, 8.000 Damage mehr. Was ein Unterschied sein kann. Warum zählt jetzt auf einmal alles so weg? Na gut. Alles klar. Machen wir jetzt hier erstmal Vegeta aus dem Rennen schmeißen. Lass die Hüfte klappen. Ja. Janemba, du darfst sogar auch einen Super machen. Und er ist auf Blocker-Position. Sprich, ich muss mich jetzt nicht heilen. Perfekt. Hier seht ihr die anderen Charaktere. Sind zwar grundsätzlich jetzt nicht schlecht. Aber für dieses Event schleppe ich die bloß so mit. Hier ist alles auf Buan und Elagohan zu setzen. Der ganze Rest des Teams ist jetzt nicht so Main. Und ja, unterstützt ihr. Wer halt nützlich sein kann, ist ganz klar. Super Saiyajin Bardock. Weil der sealt. Und wir haben Vegeta rausgeschmissen. Und gedodged. Wow, wie cool. Weil, ja wie gesagt, mit dem kann man sealen. Das ist recht nützlich. Man muss auch hier einen Unterschied wahrnehmen. Super Saiyajin 4 Gugeta kann bei uns nicht gestumpt werden, aber gesielt. In Japan kann er, glaube ich, weder gestumpt noch gesielt werden. Sprich, eher so zu bekämpfen, wie die vierfachen Super Saiyajins es auch bei uns sind. Also auf dem klassischen Lösungsweg. So, wie gehe ich jetzt hier ran? Das ist ne schwere Frage. Ich glaube, ich will die Purples zusammenschmeißen. Und mich ein bisschen heilen. Ja. Das ist halt die Kunst mit der Buan, dass der Kerl sich mal heilen kann. Ich würde gerne auf 3 kommen, aber ich will die Purples nicht wegkauen. Mist. Sowohl, wenn ich die Purples hier wegkomme, kommen die Gelbens haben. Das dürfte für Elder Gohan auch reichen. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Dann zielen wir noch. Falls wir das noch näher. Doch, wir haben das eigentlich noch nötig. Jetzt tanken wir schön. Wie zart, dass keiner von den beiden vierfachen Super Saiyajins überhaupt bis jetzt irgendwie eine Super Attack gelauncht hat. Ich habe da eigentlich immer Pech gehabt und wurde von denen schon oft mal runtergedrückt vom HP Balken her. Jetzt sind die aber recht nett und ab jetzt geht es auch nicht mehr, weil wir ihn noch zielen. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Das ist ja bloß ein Vorteil für uns. Aber jetzt on-screen passieren einige Dinge doch anders, als ich es irgendwie gewöhnt bin. Wie immer eigentlich. Okay, jetzt machen wir ihn auf jeden Fall auch fertig. Das heißt, wir können jetzt schon auf den Badass vierfachen Super Saiyajin Gugeta einstellen. denn Ultimate Gohan, ich sag schon Ultimate Gohan. Super Saiyajin 2 Gohan, sprich Elder Gohan, würden jetzt auf jeden Fall den Seenseits boosten. Da gibt es kein Zweifel. So. Bestimmt, ja 900k läuft bei ihm. Und hier ist schon der Bub. Die beiden entscheiden sich hier zu fusionieren. Und da ist er. schon sehr cool, dass es ihn gibt und dass es jetzt eine völlig neue Art von Liedern gibt. Es ist ein Category Leader. Aber es ist schon irgendwie ziemlich dumm, ihn hier als Karte zu releasen, wenn er genau wie Omega einfach keinen Leader hat, denn er einfach steht to be released. Es gibt da ein sehr schönes Beispiel im Internet von Rhyme Style, der einfach gesagt hat, es ist so, als ob man, ja, die Playstation auf den Markt bringt, eine neue Konsole, aber erst ein halbes Jahr später die Spiele dafür. Man hat halt einfach nichts davon. Es ist irgendwie nice. Ja, es ist halt so, als ob man einfach eine Konsole auf den Markt schmeißt und die Spiele halt erst ein halbes Jahr hinterher. Wobei, ich da ein bisschen widersprechen muss, ich finde den jetzt nicht ganz nutzlos. Omega und Gogeta denn in dem Mono Tag oder auch bald im Super Tag und beim Omega im Extreme Fizz oder halt nur im Mono Fizz sind sie ja sehr stark. Also, ich will mich da jetzt nicht beschweren. Man muss ja nicht zwingend als Category Leader spielen. In einem Mono Tag oder Super Tag oder Mono Fizz oder Extreme Fizz sind die beiden Karten ja auch jetzt schon sehr nützlich und auch sehr, sehr stark. Also, man kann auch etwas übertreiben. Wieder Angst davor, wie schwach die sind. Ja, jetzt können wir ihn endlich zielen. Gut, dann mache ich das gleich mal als erstes. Ein Ultimate-Guan darf jetzt hier voll durchpowern. Und Janemba, ehrlich gesagt, auch. Oh, cool. Hier unten läuft gut. Und ihr seht, da der jetzt Tag ist, nehmen wir weniger Schaden. Wir machen aber auch guten Schaden. Wir halten uns auch durch die Wuhan ständig über Wasser mit dem Leben. Das läuft also gut. Jetzt zielen wir ihn auch noch. Passt also. Also, der Teil jetzt mit Gogeta läuft deutlich besser als die erste Hälfte. Was halt echt krass ist, dass er jetzt schon sechs Lebensspiken hat und später neun. Also, der ist, wenn man ihn nicht zielen kann, dann natürlich etwas schwerer. Wie gesagt, mit Mono-Int läuft das sehr gut. Und ihr seht auch jetzt schon, wie viel Schaden wir durchschnittlich machen. Schaut. Ja, eine Million. Bei einem Critical natürlich deutlich mehr. Also, mit Elder Gohan Friend, man muss ihn ja nicht selber haben. Ist das Event mit Mono-Int auf jeden Fall flüssig spielbar und ohne irgendwelche Stones reinzupumpen, die man für irgendwelche Continues braucht. Also, es ist zu empfehlen. Definitiv. Ich habe auch andere Sachen ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob ich On-Screen andere Sachen ausprobieren will. Weil ich da nicht überall einen Nutzen drin sehe. Doch wir halten uns mal etwas. Und wie viel kriegen wir? Ich glaube, ich ging es zu einer Doken Attack. Ich muss auch sagen, dass ich da beim letzten Mal viel Glück hatte. Ich habe die Doken Attack auf Ella Gohans 18 Key Finisher bekommen. Und habe damit Gugeta fast gewon-hitted. Mal schauen, wie es jetzt hier ausgeht. Die Doken Attack von Gohan sollte auf jeden Fall stark genug sein, diesen Kampf hier zu beenden. Dass wir zum neuen Nebensbalken Gugeta kommen. Wir nennen es mal so. Oder einfach dem Doken Awakement oder TUA. Man kann es aber auch echt komplizierter formulieren. Jetzt ist es wieder so extrem langsam. Merkt ihr das? Meine Güte. Das Doken Meter ist wahrscheinlich der größte Troll, den ich in meinen Videos hatte. Manchmal viel zu schnell, manchmal viel zu langsam. Naja. Bin jetzt sehr gespannt, was wir an Damage raus holen. Erstmal bin ich gespannt, welchen Finisher wir launchen. Das Ghost kam ja mir her. Oh ja, wir launchen sogar den stärksten. Das heißt, wir gehen jetzt quasi Full Power rein. Und wie viel ziehen wir? Auch eine Million. Also knapp. Das ist gut. Jo Leute, kurzer Nachtrag meinerseits. Ich bin gerade in einem weiteren Grind gegen Gugeta. Und habe jetzt das Glück gehabt. Elaguan zur Doken Attack zu bekommen. Und den zeige ich euch jetzt einfach mal. Nur um circa zu sehen, was hier rauskommt. Leider habe ich es diesmal nicht geschafft, die mit Ella Piccolo zum Linken zu bringen. Aber es ist immer eine Doken Attack, die hier von Elaguan kommt. Die müsste also schon recht stark sein. Nur als ungefährer Richtwert, wie stark das denn so ist. Und wir machen so um die... Ja, seht ihr zwei Millionen Damage. Ist also schon sehr stark. Okay, jetzt geht es normal für euch weiter. Jetzt ist hier als T.U.A. Jetzt sind wir beim richtig, richtigen Bosskampf. Was irgendwie seltsam ist, weil früher wurden hier... Oh! Ich habe lieber am letzten Mal das Glück, eine Great Day Verwandlung aufs Screen zu haben. Das ist geil. Das ist mal geil. Okay. Das ist in dem Sinne gar nicht mal so schlecht. Immerhin verlieren wir dadurch kein Leben, wenn wir angegriffen werden. Die Frage ist nur, können wir auch irgendwas machen? Ne, wir haben natürlich zu wenig Key. Glaubst du, beim letzten Mal das Glück gehabt, dass der Kerl zwei rund... Ne, weil die Purple Ops hebe ich mir auf jeden Fall auf. Da haben wir Pech gehabt. Dann sehen wir halt nicht die Super Attack. Oh, schön, dass wir einfach alles wegdenken. Oh, was für ein Glück, dass der jetzt supert. Das ist echt Glück. Ja, super ruhig. Mach mir nix aus. Hehehe. Ja, wie viel wäre es gewesen? Na, immerhin 60k. Ich denke, wir ziehen jetzt nicht so atemberaubend für... Ah doch, 100k, okay. Also was schon cool ist, wenn man hier als Great Day eine Super Attack launch, die ist dann schon nicht schwach dafür, dass die Karte bei normalen Stats jetzt nicht so der Überflieger ist. Ist schon cool. Oh, wir bleiben das sogar. Oh, da habe ich wieder das Glück gehabt. Aber ich schaffe dennoch keine Super Attack, denke ich mir. Ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, ob ich mir die Ops... Ja, ich hebe mir die Ops ehrlich gesagt lieber für Buhan und Energon auf. Da muss Baby Vegeta leider ohne Super Attack auskommen. Dennoch haben wir eben gerade um einen Lebensbalken beraubt. Mit den Basic-Tags. Das ist ziemlich cool. Er hat wieder gesupert. Also ich muss sagen, dass ich von Vegeta grundsätzlich selten gesupert werde. Was mich jetzt sehr bewundert ist, dass er jetzt schon in zwei Runden zweimal Super Tags launcht. Weil die hitten auch bei Mono-Int recht gut in Anführungszeichen. Also so um die 50-60k, nachdem er ins trifft. Was ja schon mehr ist als bei vergleichsweise anderen Tags, die auf Int angreifen. Wir haben ihn dennoch fast um zwei Lebensbalken beraubt in diesen Great App Runden. Das ist ja richtig stark. Okay. Ah, Elagoran ist am Start. Sehr gut. Ich weiß nicht, soll ich ihn zuerst versuchen zu sealen? Mach mal mal. Und dann darf Elagoran zeigen, wie stark er auch gegen den vierfachen Super Saiyan Vegeta ist. Äh, Vegeta sei schon Gogeta. Ja, ihr merkt, ich bin gerade etwas verwirrt. Hat das eine Great App? Das gelingt mir eigentlich fast nicht. Ich habe das glaube ich nur einmal gehabt. Noch nicht mal ein Great App. Das war der Fury-Mode von Beerus beim Super Saiyan-Rose-Goku-Boss-Kampf. Ist auch schon lange her. Okay, er ist gesealed. Läuft. Ah ne, er kann auch nicht gesealed sein bei uns. Oh, jetzt sehe ich es auch. Oh ne doch, er ist gesealed. Sorry. Ich habe jetzt die Symbole vertauscht. Okay, wie viel machen wir jetzt als Elagoran gegen den Gogeta Schaden? On Screen meine ich. Wir haben jetzt nicht die besten Ultimative und Keelings. Weil natürlich, wenn ich Elagor Piccolo nehmen hätte, wäre es viel besser gewesen. Dennoch 700k. Das ist akzeptabel. Mit Elagor Piccolo neben ihm wahrscheinlich schon einen guten Satz mehr. Man kann aber auch nicht alles haben. So, wir sind jetzt immer noch über der Hälfte unseres Lebens. Auch wenn es nur knapp ist. Okay. Elagor Piccolo dazukommen. Burren darf jetzt mal richtig schön heilen. Das muss einfach mal sein. So, Lebensbalken quasi wieder fast voll. Läuft. Und dann machen wir einfach weiter. Also, manche sagen ja, es ist schleppend. Aber wie soll es denn sonst sein? Wenn ich einen anderen Type spiele, muss ich wahrscheinlich viel häufiger heilen. Oder irgendwie Schaden reduzieren. Oder habe es viel heiliger. Schleppend ist für mich jetzt hier kein Argument. In meinen Augen läuft der Kampf für so einen starken Gegner recht flüssig. Und wir kommen noch immer gut voran. Wir machen pro Runde gut ein, zwei Lebensbalken weg. Wir überleben alles problemlos. Hier dodgen wir sogar. Das ist für mich nicht schleppend. Überhaupt nicht. Schleppend ist eher, was ich zum Beispiel mal als Video gemacht habe mit einem Mono STR gegen Wuhan. Das war schleppend, weil man bis zum letzten, man weiß gar nicht, ob man es schafft, noch irgendwie am Leben ist und dann am Ende gerade so gewinnt. Okay, jetzt wird ich aber definitiv einen Seenseitz pusten. Wollen wir jetzt noch mehr? Ne, mehr gelbe, ne? Dann launchen wir hier mal die ultimative Super Attack. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was hier rauskommt. Überhaupt nicht, wie viel Schaden wir schon reingehen. Ich meine, mit Gohans linken ja mit anderen Gohans sehr gut. Dennoch schaffe ich es ihn heute nicht und Scream mit Ella Piccolo zu linken. Das wäre wahrscheinlich, wie gesagt, das Optimum gewesen. Wir gehen trotzdem mit fast 2 Millionen rein. 1,8 Millionen. Bin ich mal gespannt, wie viel da jetzt durchkommen. Es geht wahrscheinlich straight durch, außer wir critteten. Dann wird es wahrscheinlich sehr viel mehr. Und es wird 1,3. Genug, um ihn zu besiegen. Ja, läuft. Sehr schön. Also ihr seht, Monoind ist hier die Empfehlung meinerseits. Jo Leute, ein kleiner Nachtrag meinerseits. Wie ihr seht, sind wir wieder im Gogeta-Kampf. Das ist mein dritter Grind mittlerweile nach dem letzten Video. Und ihr seht, ich habe noch alle Items. Ich habe nichts benutzt. Und wir werden auch in dieser Runde ziemlich sicher besiegen. Aber dieses Video soll echt beweisen, dass Monoind echt stabil ist. Und auf jeden Fall, ja, confirmed ist für dieses Event. Und dann soll ich mir bitte nicht sagen, dass das schleppend ist. Ganz im Gegenteil. Man kommt hier super flüssig und problemlos durch. Und macht den Gogeta einfach völlig platt. Was hoffentlich jetzt auch gelingt, damit ich es auch schön on screen habe. Jo läuft. Also ihr seht, Monoind ist confirmed. Und viel Spaß am eigenen Zocken mit diesem Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Abonniert mich, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo ich gegen Omega Shalom kämpfen werde. Denn die Aufnahme muss ich neu machen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.